In ein paar Tagen erwartet uns die Auslosung zur Champions League Saison 2024-25. Bekanntlicherweise wird das Ganze dann in einem neuen Modus stattfinden. Die Champions League bekommt quasi eine Reform. Und da dachte ich mir, wäre das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, ein Video darüber zu machen, was sich genau ändert. Das Ganze auch so kompakt es geht zu erklären, damit es im Idealfall jeder versteht. Und am Ende werden wir dann nochmal kurz die Vor- und Nachteile besprechen. So und wenn ihr Videos wie diese mögt, dann lasst doch gerne schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu den Top-Themen, insbesondere der Bundesliga zu verpassen. So und in dem Sinne fangen wir mal an. Die erste Änderung betrifft die Gruppenphase mit 32 Teams, die fällt weg. Ab 2024-25 werden 36 Mannschaften an der Champions League teilnehmen und das Ganze dann in einer einzigen Tabelle ausspielen. Jede Mannschaft bekommt 8 Spiele pro Liga-Phase und es wird auch nicht mehr die klassischen Hinten- und Rückspiele geben. Dennoch bekommt jedes Team 4 Heim- und 4 Auswärtsspiele. Auch gibt es weiterhin die 4 Lostöpfe und jedes Team bekommt daraus dann 2 Mannschaften aus jedem Topf zugelost. Und dann wird es auch so sein, dass man aus eben jeden dieser einzelnen Töpfe ein Heim- und ein Auswärtsspiel bekommt. Sprich, wenn man jetzt beispielsweise Manchester City und Real Madrid zugelost bekommt, wird man da definitiv nicht gegen beide Auswärts antreten. Gleichzeitig bedeutet das dann natürlich auch, dass wir direkt schon zu Beginn der Saison deutlich mehr Topspiele haben. Da man sich ja jetzt eben als Meister, wo man ja immer in Topf 1 gesetzt war, nicht mehr vor Gegnern aus Los Topf 1 schützen kann. Was ja an sich schon mal super spannend klingt. Aber wie werden eigentlich die 4 neuen Startplätze vergeben? Beim ersten Startplatz ist es so, dass dieser an den Verein geht, der den 3. Tabellenplatz belegt in der Liga des 5-platzierten Verbands in der Zugangsliste. So wurde es zumindest jetzt bei der UEFA beschrieben. Das bedeutet, dass einfach die 5-beste Liga, was die Koeffizienten angeht, einen sicheren dritten Platz bekommt. Der zweite Startplatz geht an einen nationalen Meister. Und hier ist es so, dass die Anzahl der Klubs, die sich über den Meisterweg qualifizieren, von 4 auf 5 erhöht wird. Diese Qualifikation überstreckt sich dann über 4 Runden. Da kommt dann quasi nochmal ein Meister aus einer kleineren Liga hinzu. Startplätze 3 und 4, das sind dann die Plätze, die an 2 Verbände gehen mit der besten Kollektivleistung ihrer Vereine der Vorsaison. Sprich der letztjährige Koeffizienz. Und die beiden Länder, die da die besten bzw. die meisten Punkte gesammelt haben, die dürfen dann einen weiteren direkten Startplatz für die Champions League stellen. Diese zusätzlichen Plätze gingen an Italien und Deutschland. Und das ist ja auch der Grund, warum Borussia Dortmund trotz des 5. Platzes in der Bundesliga an der Champions League teilnehmen wird. Doch wie zieht man eigentlich in die K.O.-Phase der neuen Champions League ein? Und da ist es so, dass wir hier quasi ein klassisches Ligasystem vorfinden. Für einen Sieg gibt es wie gewohnt 3 Punkte, unentschieden 1 Punkt und für eine Niederlage nichts. Und dann wird natürlich auch die Tordifferenz, wer die meisten Tore geschossen hat bei Gleichstand, auch wieder entscheidend sein. Die besten 8 Mannschaften qualifizieren sich direkt für das 8. Finale, während die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 9 bis 24 eine Playoffrunde mit Hin- und Rückspiel für das 8. Finale spielen. Und für die Mannschaften ab Platz 25 ist die Europapokalsaison komplett beendet. Da gibt es dann auch keinen Abstieg in die Europa League mehr. Und in der Playoffrunde wird es dann so sein, dass die Plätze 9 bis 16 auf die Teams von 17 bis 24 treffen. Die Plätze 9 bis 16 haben im Rückspiel übrigens Heimrecht. Und aus den 8 Mannschaften, die sich hier durchsetzen, vervollständigt sich dann das 8. Finale. Und dort trifft man dann auf eines der Teams, welches sich direkt qualifiziert hatte. Außerdem wird es so sein, dass die Liga-Phase in dem Sinne eine sehr hohe Bedeutung bekommen soll. Nicht nur, weil man auf den ersten 8 Plätzen dem Playoff umgeht. Nein, um den Ansporn zu stärken, ist es auch so, dass die Paarungen der K.O.-Phase von den Platzierungen in der Liga-Phase abhängen. Außerdem wird auch der Weg bis ins Finale festgelegt. Sprich, wie auch bei einem EM-Tabellenrechner beispielsweise, könnt ihr dann schon schauen, wer der nächste Gegner sein könnte. Weiterhin wird das Finale natürlich auch auf neutralem Boden ausgetragen. Wobei, wenn es jetzt natürlich so kommt, dass jetzt ein Finale beispielsweise in München stattfindet und die Bayern qualifizieren sich für das Finale, dann ist es auch nur noch so semi-neutral. Aber da hat sich nichts an dem geändert, was man schon kannte. Spannend wäre jetzt natürlich noch zu wissen, wie das Ganze denn jetzt ablaufen wird. Man hat ja jetzt mehrere Spiele, mehr Spiele als vorher. Mindestens zwei, wenn man in die Playoffs kommt, dann sind es sogar vier Spiele, die man mehr absolviert. Es wird jetzt aber auch so sein, dass aufgrund dessen, dass mehr Spiele stattfinden, nicht nur noch dienstags und mittwochs gespielt wird. Denn es kommt auch eine Exklusivwoche hinzu, wo man dann an einem Donnerstag Champions League Fußball sieht. Des Weiteren finden am letzten Spieltag der Liga-Phase, und das gilt auch für alle europäischen Wettbewerbe, alle Spiele gleichzeitig statt. Und ja, was bedeutet das Ganze jetzt für uns? In erster Linie bekommen wir einige Spiele mehr zu sehen. Das ist ja an sich erstmal nicht schlecht. Mehr Fußball bedeutet für mich beispielsweise auch mehr Content. Ich will mich darüber nicht beschweren. Gleichzeitig bedeutet das aber natürlich auch mehr Belastung für die Spieler. Und gerade bei den englischen Klubs sehe ich das dann nochmal deutlich kritischer, weil ich meine, die haben ja auch zwei Liga-Pokale, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Sowieso auch 38 Liga-Spiele. Dann jetzt noch mehrere Spiele durch die Champions League-Reform. Ja, das kann schon spannend werden. Jetzt braucht man erst recht eine gute Doppelbesetzung im Kader, wenn man in allen Wettbewerben gut vertreten sein möchte. Natürlich geht es hier für die UEFA auch um Geld. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mehr Spiele bedeutet mehr Einnahmen. Gerade auch, wenn man ja jetzt einen zusätzlichen Tag schalten kann mit dem Donnerstag. Natürlich werden auch die Vereine so etwas mehr Geld einnehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass nur die UEFA davon profitiert, um da jetzt mal fair zu bleiben. Die Liga-Phase an sich bringt auch einen gewissen Reiz mit. Denn dadurch, dass die ersten acht Plätze zur direkten Qualifikation fürs Achtelfinale berechtigen, sollte man diese natürlich auch anstreben, damit man nicht in die Playoffs muss. Sprich, wer besser performt, bekommt ja auch einen Vorteil zugesprochen. Wobei ich das auch ein bisschen kritisch sehe, weil das natürlich auch irgendwo die Schere zwischen Arm und Reich nochmal größer machen kann. Weil gerade die größeren Clubs, die eh schon vorne sind, natürlich tendenziell die ersten acht Plätze wahrscheinlich unter sich ausmachen werden. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass es gefühlt jedes Jahr dieselben Clubs sein könnten. Aber da muss man natürlich auch erst abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. So stelle ich es mir nur jetzt gerade in diesem Moment vor. An sich finde ich es aber gut, dass auch die starken Clubs jetzt härtere Gegner zugelost bekommen. Das kann schon auf jeden Fall sehr reizvoll sein. Und macht das Ganze dann natürlich auch schwieriger, unter die ersten acht zu kommen. Das kann man dann wiederum schon sagen, weil du ja dann eben zwei Gegner hast, die dir in der Regel auf Augenhöhe begegnen. Da kannst du ja einen echten Kracher bekommen oder sogar zwei. Und das ist egal, ob du Bayern, Manchester City bist. Also es ist ja wirklich möglich, dass Bayern im allerschlimmsten Fall auch wirklich mal City und Real in der Gruppenphase bekommen könnte. Und das wären schon echte Kracher. Und ich habe mal mitbekommen, dass es bei den Playoffs wohl so sein soll. Nagelt mich darauf jetzt aber nicht fest. Ich könnte mich da jetzt doch irren. Aber ich glaube, Platz 9 trifft auf 24, Platz 10 trifft auf 23. Und so weiter. Also wenn das, was ich da mitgekriegt habe, so stimmt, sind auch was die Playoffs angeht, die Platzierungen in der Liga sehr wichtig. Generell scheint es so zu sein, dass die Liga-Phase hier einen großen Einfluss darauf haben wird, wie die K.O.-Phasen ablaufen. Was sehr gut sein kann und natürlich auch den Reiz fördert, aber gleichzeitig natürlich auch so ein bisschen das Potenzial für Überraschungen wegnimmt. Denn wir haben ja auch nicht mehr das klassische Los-System, wo dann das Achtel- bzw. Viertelfinale komplett, sagen wir mal, randomisiert gelost wird. Sodass es schon einen Ticken unwahrscheinlicher wird, dass sich hier Underdogs in Regelmäßigkeit durchsetzen. Gleichzeitig wird es auch so sein, dass die Mannschaften, die am stärksten performt haben, durch den festgesetzten Weg in der K.O.-Phase auch erst sehr spät wieder aufeinandertreffen werden. So ist es unter anderem so, dass der Erstplatzierte in der Liga erst im Finale auf den Zweitplatzierten in der Liga-Phase treffen könnte. Das ist zwar irgendwo fair und soll wahrscheinlich dem vorbeugen, dass es vorgezogene Finals gibt, wie beispielsweise, wenn jetzt im Achtelfinale Real Madrid auf Manchester City mal treffen würde oder so oder im Viertelfinale. So hat man natürlich die größeren Spiele erst später, aber ich persönlich war immer ein Fan davon, dass es immer mal wieder Überraschungen im Finale gab, wie Inter Mailand, Tottenham oder zuletzt Borussia Dortmund. Das hat den Wettbewerb für mich nochmal besonders geil gemacht und das, ja, wie schon gesagt, dürfte jetzt deutlich unwahrscheinlicher werden, dass das passiert. Und ob ich das so geil finde, weiß ich noch nicht. Im Grunde genommen gibt es nur eine Sache, die mich so richtig stört und das ist die Tatsache, dass demnächst Computer für die Auslosung der Champions League genutzt werden. Und wir alle wissen, Computer können sehr gut manipuliert werden. Das können natürlich die Lose theoretisch auch so, aber bei Computern bin ich da immer ein bisschen skeptischer. Natürlich sind Computer auch anfällig für Cyberattacken, auch sowas kann durchaus mal passieren. Ist jetzt in dem Fall aber, denke ich mal, nicht das stärkste Gegenargument. Mich persönlich stört es da einfach nur, dass man bei solchen Modellen eher das Gefühl bekommen kann, dass da gewollte Ergebnisse bei rauskommen. Aber gut, ich will jetzt auch nicht anfangen zu meckern. Ich will erst mal abwarten, wie sich das Ganze dann in real anfühlen wird. Es kann ja durchaus auch richtig geil werden. Ich sehe hier auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Etwas Neues kann auch immer einen gewissen Reiz haben. Und ich will da jetzt auch nicht vorab alles verteufeln, bevor ich es überhaupt richtig gesehen habe. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen warten wir da einfach mal ab. Ich für meinen Teil hoffe jedenfalls, dass wir immer noch ein paar geile Überraschungen erleben werden. Und ich gebe da jetzt auch gerne mal an euch weiter. Wie steht ihr aktuell zu der Reform? Findet ihr es gut, dass man mal was Neues ausprobiert? Oder seid ihr da überhaupt nicht begeistert von? Da bin ich echt mal auf eure Meinung gespannt. Gerne mal in die Kommentare damit. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Schaut da gerne mal vorbei und in dem Sinne gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.